Niemand, Monika! Du schalligst, wie du fischst, ich leck' in Monika-Zaia Niemand, Monika! Bist du was, dass du nehmst, dass du reizigst, dass du reizigst, mach dich schwarz! Niemand, Monika! Du riechst dann nicht so schnell, du riechst, du riechst nicht mal ein Polizium! Monika-Rolizium! Monika-Rolizium! Dann nur, dann nur, was willst du das? Wer kriegt denn da durchs grüne Kratz? Er kann es auf dem Milchstein zieht sich die Welt von oben an! Die hat zum schwarzen Kleine Zeit, die kriegt halt einen Mittlerbein! Und wenn die großen Uhr hat, geht's hier auf unserem Platz allein! Niemand, Monika! Du schalligst, wie du fischst, ich leck' in Monika-Zaia Niemand, Monika! Bist du was, dass du reizigst, du reizigst, du reizigst, du reizigst, du reizigst, Niemand, Monika! Du schließt, du reizigst, du reizigst, du reizigst, du reizigst, Monika-Rolizium! 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 gewachsen Brennnesseln und Unkraut. Darum muss ich mich dringend kümmern. Aber irgendwie ist mir heute nicht danach. Ich fühle mich so merkwürdig. Ob ich meinen Cousin Bertram vermisse, der auf Weltreise ist, oder werde ich gar krank. Meine Großmutter hat mir früher immer Kamellentee gekocht, wenn ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich glaube, das wird mir jetzt auch helfen. Ich setze schon einmal Wasser auf. Wo ist denn nur, ach hier, da ist die Dose mit der Aufschrift Echte Kamille. Ach, wie ärgerlich. Der Tee ist alle. Nicht ein Krümelchen ist mehr in der Dose. Heute geht aber auch alles schief. Was mache ich denn nun? Da hilft wohl alles nichts. Ich ziehe mir eine warme Jacke über und pflücke draußen ein paar frische Kamillenblüten. Wenn mir nur nicht so kalt wäre. Das blendet ja. Es ist gar nicht so frisch, wie ich dachte. Sogar die Sonne scheint sehr angenehm. Und Besuch habe ich auch. Da drüben im Gemüsebeet sitzt die kleine Schnecke Monika Häuschen zusammen mit ihrem besten Freund, dem Regenwurm Schorsch. Und da kommt auch noch der gelehrte Graugänserich Herr Günther angeflogen. Ach, meine Lieben, ist das nicht ein herrlicher Tag heute? Genau das richtige Wetter für ein Gemüsebeet-Picknick. Oh ja, Herr Günther, das finde ich auch. Ach, vielleicht setze ich mich nachher doch hinaus in den Garten. Bestimmt vertreibt das meine trüben Gedanken und frische Luft tut mir sicher gut. Aber zuerst pflücke ich die Kamille. Hm, die duftet gut. Jetzt geht es mir schon ein ganz klein wenig besser. Heute wollen wir es uns mal so richtig gemütlich machen. Nö, kommt nicht in Frage. Wir wollen heute wettbuddeln. Wer das tiefste Loch gräbt, hat gewonnen. Auf die Plätze, fertig, los. Heik, wenn hier überall tiefe Löcher sind, fahre ich vielleicht hinein. Das ist gefährlich. Lasst uns lieber um die Wette rätseln. Wer das meiste weiß, hat gewonnen. Nö, das ist langweilig. Da mache ich nun widerlich mit. Wollen wir lieber ein Wettkrisen veranstalten? Aber da verliere ich immer. Wie wär's mit einem Wettschwimmen auf dem Gänse-Teich? Aber wir können doch gar nicht schwimmen, Herr Günther. Tja, dann bleibt nur noch eins. Wir futtern um die Wette. Nein, es muss doch irgendwas Lustiges geben, bei dem wir drei miteinander wetteifern können. Ich weiß was. Wir singen um die Wette. Und wer am schönsten singt, hat gewonnen. Singen? Ach, das klingt nicht übel. Singen lässt sich auch im Gemüsebeet. Singen ist lustig. Lustige Sachen kann ich prima. Da gewinne ich. Aber vielleicht kann ich ja auch sehr schön singen. Was kriegt man eigentlich, wenn man gewinnt? Ähm, wie wäre es mit einem schönen, runden Salatkopf? Oh ja. Das würde mir gefallen. Wir auch. Das ist ein prima Hauptgewinn. Oh, den wollte ich mir eigentlich zum Abendessen zubereiten. Aber ich habe heute ohnehin keinen großen Appetit. Wer fängt an? Natürlich ich. Jetzt geht's um die Wurst. Irrtum. Es geht um den Salatkopf. Ich fange trotzdem an. Ich fange den Schorst. Ich fange den normalen. Lalalala. La, 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 la. Der Schorsch klingt wunderbar. Haha. War gut. Hm, also ich weiß nicht, Schorsch. Lass mich das mal probieren. Lalalala. Ich, ich bin die Monikaaaaa. Monika, das klingt szreddig. Wirklich? Schade, das wusste ich nicht. Ihr macht das ganz falsch. Ich werde euch zeigen, wie man schön singt. Jetzt bin ich dran. Nack, nack, nack. Ich singe unverfragt. Das zieht einem ja die Schuhe aus. Ein Regenwurm hat keine Schuhe. Es klingt trotzdem schauderlich. Ach, so schlimm fand ich es gar nicht. Irgendwie hat es mich aufgemuntert. So habe ich mich weniger allein gefühlt. Ich gehe mal zum Briefkasten. Vielleicht hat mir heute jemand geschrieben. Oh, da liegt tatsächlich etwas im Kasten. Ein Zettel. Was steht denn darauf? Suchen fröhliche Sängerinnen und Sänger für unseren Dorfchor. Nächste Probe? Morgen Abend im Dorfgasthof. Wir freuen uns über alle, die kommen und Freude an der Musik haben. Ach, das klingt aber nett. Aber ich glaube, dafür kann ich nicht gut genug singen. Sie werden mich sicher nicht nehmen. Und bestimmt werde ich ohnehin krank. Vielleicht müssen wir uns einfach mehr Mühe geben, Jungs. Na gut, probieren wir es nochmal. Ich beginne. Knock, knock, knock. Ich krieg den Kopf so laut. La, la, la. La, la, la. Darf ich noch ein Mal? Ne, jetzt bin ich wieder dran. La, la, la. Ich bin ein Superstar. Und wer hat es jetzt am schönsten gemacht? Natürlich nicht. Wer dem zählt? Aber nein. Ich war es. Jungs, ich glaube, wir müssen uns einen Schiedsrichter suchen. In der Musik gibt es doch keinen Schiedsrichter. Wir sollten lieber Ausschau nach einem Dirigenten halten. Was ist denn ein Irrigent? Ist doch klar wie Tempelbrühe. Das ist einer, der sich ständig irrt. Ich würde mal den Herrn Günther vergeben, Prästen, vorschlagen. Dirigent. Ich sagte Dirigent. Das ist einer, der einen Chor oder ein Orchester leitet. Ich glaube, der Chor im Dorf hat auch einen Dirigenten. Bestimmt muss ich bei ihm vorsingen, bevor ich in den Chor aufgenommen werden kann. Ob ich mich das wirklich traue? Ich bin jetzt schon aufgeregt. Ein Dirigent zeigt den Musikern, wann sie anfangen sollen zu singen. Und er studiert mit ihnen Musikstücke ein. Genau so etwas brauchen wir. Aber wo finden wir so ein kluges Tier, das uns das alles beibringen kann? Ein kluges Tier? Also ich bin äußerst klug. Ich weiß nahezu und überhaupt so ziemlich alles. Auch über Geld. Wann? Selbstverständlich. Auf einer meiner weiten und äußerst bildenden Reisen habe ich vom Kakapo gehört, der etwas Besonderes kann. Haha, ich weiß auch schon was. Der ist mit seinem Popo in den Kakao gefallen. So ein Unsinn. Das ist eine Papageienart. Der Kakapo singt die lautesten Lieder. Sein Gesang ist noch in sechs Kilometern Entfernung zu hören. Sechs Kilometer? Das ist ja unglaublich weit. Um diese Strecke zu schaffen, müsste ich zwei Stunden laufen und würde diesen Vogel immer noch hören. Ich bin nicht sicher, ob ich das schön finden würde. Aber Herr Printer, wir wollen doch möglichst schön singen und nicht möglichst laut. Letzte Nacht, als ich nicht schlafen konnte, weil ich sehr hungrig war, habe ich einer Nachtigall gelauscht. Sie ist eine Meistersingerin und kann 400 verschiedene Melodien trillern. 400 verschiedene Lieder. Das ist aber allerhand. Also so viele kenne ich nicht auswendig. Ob man im Chor ein Liederbuch benutzen darf? Ihr seht, ich bin also hervorragend geeignet. Ich weiß alles über Gesang. Das stimmt. Was haben wir für ein Glück? Das wird sich noch rausstellen. Ich glaube, das sind genug Kamillenblüten. Ich brühe mir nun eine Tasse Kamillentee auf und gebe ein wenig Honig dazu. Und noch einen Spritzer Zitrone. Wenn man krank ist, braucht man viele Vitamine. Die restlichen Kamillenblüten gebe ich in einen Topf und übergieße sie ebenfalls mit heißem Wasser. Nun brauche ich noch ein Handtuch. Ich möchte nämlich ein Kamillendampfbad nehmen. Am besten nehme ich den Topf mit nach draußen. Dann kann ich zuhören und von dem klugen Gänserich noch etwas über das Singen lernen. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Zuallererst müsst ihr kräftig den Schnabel spitzen. So einen Blödsinn mache ich nicht. Wir haben doch gar keinen Schnabel, Herr Günther. Also ich habe auch keinen. Dann stellt euch eben vor, ihr hättet einen. Und nun müsst ihr gefühlvoll tirilieren. Was sind denn das für seltsame Töne? Schade. Mit dem Handtuch über dem Kopf sehe ich gar nichts mehr. Aber das Handtuch ist wichtig, damit der Dampf nicht zu schnell entweicht und ich ihn tief einatmen kann. Bitte nicht böse sein, Herr Günther. Aber ich glaube, wir brauchen einen anderen Dirigenten. Ich probiere das trotzdem mal. Nicht vorhandenen Schnabelspitzen und dann Türen. Das ist ja nicht zum Aushalten. Wie kann man so unmusikalisch sein? Einfach skandalös. Auweia, Schosch! Ein Vogel! Da! Jetzt hat er uns entdeckt. Ich verkrieche mich lieber in meinem Häuschen. So ein Mist aber auch. Hilfe! Huch, was ist denn passiert? Jetzt nehme ich das Tuch aber doch lieber ab. Oh, da sitzt ein hübscher Vogel in der Gartenecke. Er hat ein schönes, buntes Gefieder mit leuchtend schwarz-weiß-rotem Kopf und gelben Streifen auf den Flügeln. Er schaut sehr interessiert zu dem kleinen Regenwurm hinüber. Er wird doch nicht etwa Appetit auf ihn haben. Sollte ich ihn lieber verscheuchen? Keine Sorge, dieser Vogel ist nur ein Distelfink. Was heißt denn hier nur? Also gut, meinetwegen, man nennt diesen Vogel auch Stieglitz. Oder Dieter. Man kann mich auch Dieter nennen. Das macht mich nicht besser. Oh, meinst du? Vermutlich hast du recht. Dieter klingt viel zu gewöhnlich. Ich muss mir einen Künstlernamen zulegen. Wie wäre es mit Enrico Diteroso? Ich finde, das klingt nach italienischem Temperament. Oh, Enrico Diteroso. Das klingt ja so bedeutsam. Ich finde, es klingt lächerlich. Und was sagst du, kleiner Wurm? Was hältst du vom großen Enrico Diteroso? Also, ob ich jetzt vom kleinen Dieter oder vom großen Diteroso gefressen werde, ist mir schnurzepiep egal. Aber das will ich doch schon die ganze Zeit sagen. Nie lasst ihr mich ausreden. Das ist ein Distelfink und der frisst keine Würmer. Wirklich nicht? Da bin ich aber erleichtert. Großer Enrico Diteroso. Dieter verspeist lediglich Samen, Insekten, Blattläuse und leider auch köstliche Kräuter. Das ist gut für meine Stimme. Und es ist gut für Regenwärmer. Aber ich nenne dich trotzdem nicht Enrico Diteroso. Musst du auch nicht. Bei meinen Fans bin ich großzügig. Ihr dürft mich Dieter nennen. Wir dürfen den großen Enrico Diteroso Dieter nennen. Er ist so bescheiden. Sag mal, Dieter, hast du vielleicht Ahnung von Gesang? Lalalala! Beantwortet das deine Frage? Ein einfaches Ja hätte auch genügt. Also, was soll ich für euch singen? Vielleicht eine Arie? Nein, nein, nein. Wir möchten selbst singen. Wir machen nämlich einen Gesangswechselberb. Und du sollst sagen, wir am schönsten sind. Das ist natürlich eine sehr schwere Entscheidung. Nein, das ist leicht. Ich singe am schönsten. Aber wir würden gern von dir lernen, wie man so schön singt. Kannst du nicht unser Dirigent sein? Warum nicht? Ich bringe euch alles bei, was ihr über Gesang wissen müsst. Haben wir ein Glück, Schoss. Der berühmte Enrico di D'Roso gibt uns Gesangsstunden. Pah, ich hätte euch auch unterrichten können. Aber bitte, wo findet der Unterricht statt? Natürlich hier oben, bei mir. Aus der Höhe klingen die Töne viel weiter. Herr Günther, können Sie uns bitte hochheben und auf das hübsche Liederblümchen setzen? Also gut, meinetwegen. Ich bin zuerst dran. Hoch mit dir, Schorsch. Aber was ist denn los, Schorsch? Das hat der Herr Günther mit Absicht gemacht. Er hat mich auf eine Tiefdecke gesetzt. Ja, aber darum hast du mich doch gebeten. Sonst machen sie doch auch nie, was ich will. Oh je. Jetzt wachsen sogar schon Dichteln hier im Garten. Hier hinten am Zaun war ich schon lange nicht mehr. Wenigstens sehen die Lila-Blüten sehr hübsch aus. Hoffentlich hast du dich nicht verletzt, Schorsch. Na klar hab ich mich verletzt. Die olle Dichtel piekt mich am Po. Ein Regenwurm hat keinen Po. Aber ein Regenwurm-Schwanzspitzenzipfelchen. Und das ist jetzt ganz verkratzt. Warum muss denn der Sängerwettstreit ausgerechnet auf einer ollen Dichtel stattfinden? Weil ich der Dirigent bin. Und der Dirigent entscheidet nun mal, wo geprobt wird. Eine Dichtel ist ein perfekter Ort zum Singen. Jawohl. Ich singe auch gleich. Und zwar vor Schmerzen. Jetzt hab dich nicht so, Schorsch. Du kriegst einfach runter von dem Distelgestrüpp und fertig. Ich bewege mich keinen Millimeter mehr auf dieser Dichtel. Hier stachel ich überall. Vielleicht können Sie dem Schorsch ja helfen, Herr Günther. Also gut, ich versuche es. Ich pflücke ihn wieder ab. Au! Die Distel hat mich in den Schnabel gepiekt. Das geschieht Ihnen ganz recht. Pah, dann hüpf doch einfach von der kleinen Distel herunter. Es ist wirklich nicht hoch. Ich soll hüpfen? Bin ich vielleicht ein Frosch? Da presche ich mir ja alle Knochen. Ein Regenwurm hat keine Knochen. Aber du kannst doch nicht so immer dort oben bleiben, Schorsch. Doch, das kann ich. Und du musst mit hochkommen, Monika. Wie sollen wir denn sonst rausfinden, dass ich am schönsten von uns allen singe? Aber ich möchte nicht an einer Distel hinaufkriechen. Vielleicht ist das gefährlich. Du kannst mich doch nicht allein hier oben sitzen lassen. Also gut, ich werde ein bisschen Schneckenschleim hinsabbern. Und dann... Au! Mich hat sie auch gestachen. Vielleicht reiße ich diese Distel einfach raus. Oh, verflixt. Die hat wirklich sehr spitze Stacheln. Also ohne Gartenhandschuhe wird das nichts. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich liebe Disteln. Aber ich nicht. Ich hab den Schorsch lieb. Und ich liebe Salat. Warum hat die Distel denn überhaupt solche spitzen Stachelblätter? Sie könnte doch auch so zarte Blättchen haben wie ein Gänseblümchen. Das wäre viel besser. Ja, aber nur für uns, nicht für die Distel. Sie schützt damit nämlich ihre Blätter vor dem Gefressenwerden. Das ist aber schlau von der Distel. Sie kann ja nicht schnell wegflitzen, wenn jemand plötzlich Appetit auf sie hat. Ich wüsste schon, wer das sein könnte. Hihi, ich auch. Unser Herr Günther. Dann ist das also Ihre Schuld, Herr Günther. Wieso ist bitte schön immer alles meine Schuld? Na bloß, weil Sie dauernd Grünzeug futtern, hat sich die Distel Stacheln angeschaut. Nun ja, gegen ein Häppchen Grünzeug ist nie etwas einzuwenden. Au, pui, eine Distel schmeckt tatsächlich nicht. Sie sind eben kein Feinschmecker wie ich. In der Distel sind so viele Delikatessen versteckt. Du bist ja noch verfressener als der Herr Günther. Wie kann man denn solche kratzigen Blätter futtern? Das ist doch nur die Verpackung. In einer Distel sind für einen Distelfink besondere Leckerbissen versteckt. Da sind zum einen die Distelsamen und dann findet er dort winzige Insektenlarven. Das ist eine leckere Fleischbeilage. Aber am liebsten hole ich mir die köstlichen Samen heraus. Ah, deshalb macht der kleine Vogel solche lustigen Verrenkungen auf der Distel. Es sieht fast aus wie Vogel-Yoga. Der Distelfink zieht die tiefsitzenden Samen der Distel mit seinem Schnabel wie mit einer Pinzette heraus. Ich besitze auch eine Pinzette. Kürzlich habe ich mir einen Splitter eingezogen. Er saß ganz tief in der Haut. Mit der Pinzette konnte ich ihn aber greifen und herausziehen. Und so holt der Distelfink auch die Distelsamen heraus. Ganz schön clever. Pass nur auf, dass dir die Distel nicht ins Auge sticht. Das wäre sehr gefährlich. Mir passiert nichts. Du siehst doch, ich trage meine rote Schutzmaske. Um sich beim Herauspicken der Distelsamen nicht an den Augen zu verletzen, schützt Dieter sein Gesicht durch die kurzen, steifen und borstigen Federn seiner roten Kopfmaske. Ich hätte auch gern so eine rote Schutzmaske. Wozu denn das? Du futterst doch gar keine Distelsamen. Aber mit einer Schutzmaske ist es sicherer. Ich lege großen Wert auf Sicherheit. Ich auch. Das bietet schon wieder. Sei froh, dass in unserem Garten keine Kakteen wachsen. Auweia, da wärst du vielleicht aufgespießt worden. Ich bin aufgespießt worden. Pah, was für ein Jammerlappen. Wegen einer kleinen Kratzdistel macht der ein solches Theater. Eine kleine Kratzdistel? Das ist eine ganz große Kratzdistel. Kann die endlich mal jemand rausreißen? Also ich nehme es mir jetzt ganz fest vor. Morgen ziehe ich meine Gartenhandschuhe an und ziehe die Distel heraus. Aber wenn diese Distel weg ist, gibt es keine einzige mehr hier im Garten. Ja, das ist auch besser so. Aber dann finde ich hier gar nichts mehr zu essen. Oh, eine schreckliche Vorstellung. Hier gibt es nicht einmal Sonnenblumen. Bloß gut, dass hinten in der Ecke noch ein paar wilde Kräuter wachsen. Meint der kleine Distelfink etwa die verlotterte Unkraut-Ecke? Und abgeblühten Löwenzahn entdecke ich auch keinen. Das liegt nur an Herrn Günther, weil der immer die Blüten anruft. Aber warum lassen Sie die denn nicht verblühen? Die Samen schmecken doch so gut. Die Blüten schmecken mir aber besser. Hm, ich dachte eigentlich, das Beste für den Garten wäre, wenn dort überhaupt kein Unkraut ist. Aber dann finden Vögel wie der Distelfink gar nichts zu essen. Was mache ich dann nur? Ich weiß es. Ich werde die wilde Ecke hinter dem Komposthaufen stehen lassen. Dort gibt es genug Kräuter und Samen für den kleinen Distelfink und seine Freunde. Außerdem sähe ich Sonnenblumen aus, dann können sich die Vögel die Kerne holen. Und die abgeblühten Kornblumen und Astern schneide ich im Herbst auch nicht ab. Denn sie haben leckere Samen. So, jetzt haben wir aber genug übers Essen geredet. Übers Essen kann man nie genug reden. Aber was ist mit unserem Sängerwettstreit? Wann sollen wir denn nun singen? Ja, meinetwegen jetzt. Dann fang halt an. Ich? Aber wieso denn ausgerechnet ich? Ich möchte nicht anfangen. Schorsch, mach du. Lala! Ha, hat ihr das gehört? Ja, es klang grauenhaft. Das kann ich besser. Aber nein, er hat gehustet. Bist du etwa krank, Schorsch? Ähm, mal überlegen. Wenn man krank ist, wird man verwöhnt und besonders lieb gehabt. Und dann habe ich auch eine Ausrede dafür, dass ich nicht so schön singen kann. Ja, ich bin sogar sehr krank. Er ist krank. Das ist eine Katastrophe. Das kannst du laut sagen. Monika, du musst dich um mich kümmern. Ich werde mich anstecken. Ich werde meine wunderbare Stimme verlieren. Äh, ich war zuerst krank. Du kannst nicht auch krank spielen. Äh, ich meine, krank sein. Mir geht es sehr schlecht. Ach, mein armer Schorsch. Das ist doch gar nichts. Ich aber habe so ein Kratzen im Hals. Mehr hast du nicht zu bieten. Ich habe so ein Kratzen am Regenwurm-Schwanz-Spitzen-Kipfelchen. Ach, aber vermutlich sterbe ich. Vermutlich sterbe ich viel mehr. Aber meine Stimme ist angeschlagen. Kuh, kuh, kuh. Mimimi, mii. Ja, ja. Na und? Mein Kopf ist angeschlagen. Und zwar an der alten Kratzdistel. Also wie kann man sich darüber streiten, wem es schlechter geht? Genau. Darüber muss man nicht streiten. Das steht ja wohl fest. Oh, schnell. Rutsch mal. Sonst passiert ein Unglück. Schell. Oh nein. Was ist denn passiert? Ich glaube, der Vogel hat nach dem Schorsch gepickt. Viel schlimmer. Mein armer Schorsch, bist du verletzt? Ach, ich bin nicht sicher. Um Himmels Willen, erzähl schon. Was hat der Dieter mit dir gemacht? Er hat... Er hat... Er hat mich angenieft. Ich hab doch gesagt, rück zur Seite. Also Schorsch, das ist alles? Na genügt das etwa nicht. Du hast behauptet, es wäre etwas ganz Schlimmes passiert. Das ist etwas ganz Schlimmes. Habt ihr nicht gehört? Dieter hat mich angenieft. Aber es wäre doch viel schlimmer, wenn dich der Vogel aufgepickt hätte. Der Vogel hat mich angenieft. Vielleicht hat er es ja nicht mit Absicht gemacht. Na klar war das mit Absicht und mit Spucke. Hoffentlich hat er dich nicht angesteckt. Doch, meine Nase fängt gleich an zu laufen. Ein Regenwurm hat keine Nase. Also Dieter, das war nicht nett von dir. Man muss sich doch den Fühler vorhalten, wenn man nieft. Und wenn man keine Fühler hat? Dann eben den Flügel. Also ich halte mir immer ein Taschentuch vor den Mund, wenn ich niesen muss. Und warum sollte ich den Flügel vor meinen Schnabel halten? Dann hört man meine wunderschöne Stimme doch nur noch ganz undeutlich. Aber es ist wichtig, dass die Krankheitserreger nicht durch die Gegend geschleudert werden. Da hörst du es. Du hast mich mit Krankheiten beschossen. Du hast aber angefangen. Du hast zuerst gehustet. Du hast mich angesteckt. Aber du hast mich zurück angesteckt mit deinem Nieser. Und jetzt bin ich viel schwerer krank. Also Jungs, wir wollten doch eigentlich einen Gesangswettbewerb machen. Und keinen Krankheitswettbewerb. Puh, die beiden sind doch überhaupt nicht krank. Schorsch ist nicht krank, aber ich sehr wohl. Ha, ich kann ganz genau sehen, dass du ein Simulant bist, Dieter. Was ist denn ein Simulant? Natürlich einer, der simuliert. Oh, was du alles kannst, Dieter. Dirigieren und simulieren. Tja, ich bin eben ein großer Künstler. Weißt du überhaupt, was simulieren ist? Es bedeutet, dass jemand nur so tut, als ob. Ist das wahr, Dieter? Natürlich ist es wahr. Ich bin der einzige echte Kranke hier. Dieter jedenfalls ist überhaupt nicht krank. Ich kann es sogar beweisen. Wie haben Sie das denn rausgekriegt? Ähm, ich meine, das ist gar nicht wahr. Ein Gistelfink, der ernsthaft krank ist, bekommt blasse Farben. Also deine Farben leuchten sehr bunt in Gelb, Rot, Weiß und Schwarz. Nicht wahr? Sehe ich nicht wunderschön festlich aus? Eben, du bist kerngesund. Je bunter ein Gistelfink ist, umso gesünder ist er. Damit zeigt er nämlich den Gistelfink-Damen, dass er gut für sie sorgen kann. Ähm, aber ich glaube, meine Farben werden eventuell vielleicht bestimmt gleich ganz blass. Aber eben bloß eventuell vielleicht. Ich dagegen bin schon ganz blass. Sehr schön blass, Rosa. Das ist der Beweis für meine schwere Krankheit. Oh je, Herr Günter, das stimmt wirklich. Dieter hat einen knallroten Kopf und Schorsch dagegen ist ganz blass. Jawohl, ihr wisst, was das bedeutet. Aber was denn, mein lieber Schorsch? Man muss sich um mich kümmern. Ich brauche süße Medizin. Puh, Medizin ist ganz gewiss nicht süß. Dann will ich sie auch nicht haben. Aber wie können wir denn dem armen Schorsch helfen? Ich weiß es. Wir müssen zu einem Arzt gehen. Oh, da habe ich aber ein bisschen, ähm... Ha, er hat Angst vorm Arzt. Nee, hier gibt's doch gar keinen Arzt. Also im Dorf gibt es einen Tierarzt. Dort war ich schon einmal mit dem Hund Walgi. Aber ob der Regenwürmer behandelt, das kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen. Tiere in der Natur kennen tatsächlich Heilmittel, mit denen sie sich selbst bei Krankheiten hervorragend helfen können. Auf einer meiner weiten und sehr bildenden Reisen habe ich von den Stummelaffen gehört. Sie leben in Sansibar. Wenn diese Affen krank sind und Durchfall haben, dann essen sie Holzkohle von verbrannten Bäumen und schnell geht es ihnen besser. Das ist ja unglaublich. Also wenn ich eine Reise mache, nehme ich vorsichtshalber immer Kohletabletten mit, falls ich Durchfall bekommen sollte. Das ist auf einer Reise schließlich sehr unangenehm. Und Tiere kennen diese Medizin also auch? Ob sich das die Apotheker bei den Affen abgeguckt haben? Ganz schön clever. Ich will aber keine Kohle essen. Dann werde ich vielleicht schwarz statt rosa. Du hast recht, Schorsch. Wir müssen eine andere Medizin für dich finden. Ja, aber ihr müsst euch beeilen. Sonst ist es zu spät. Ich habe inzwischen bestimmt hohes Fieber. Wir müssen den armen, kranken Schorsch retten. Was können wir denn nur tun? Ihr müsst mir ein paar Honigbonbons holen. Und dann müsst ihr mich von der Gistel heruntertragen. Und mir was schenken. Wir müssen dir was schenken. Das ist eine ziemlich merkwürdige Heilmethode. Aber sie wirkt. Bin ich schon ein bisschen blass geworden? Dann brauche ich auch ein Geschenk. Sonnenblumenkerne wären gut. Du bist immer noch quietschwund. Geschenke gibt's nur für mich. Ich habe etwas viel Besseres für deine Krankheit, Schorsch. Das Simulantenkraut. Es hilft gegen die schlimmsten Krankheiten und heilt alles. Oh, wie gut. Das muss Schorsch unbedingt essen. Aber ich fand die andere Heilmethode mit dem Geschenk besser. Keine Widerrede, Schorsch. Du musst schnell gesund werden. Na, von mir aus. Hör damit. Ich habe so den Verdacht, dass der kleine Regenwurm nicht wirklich krank ist. Und wenn man eigentlich gesund ist, sollte man keine Medizin für Kranke nehmen. Das könnte schlimm ausgehen. Mir gefällt die Sache gar nicht. Hier, seht ihr, das ist ein ganz besonderes Medizinblatt. Das Fieber wird davon sofort weggehen. Sei brav, Schorsch. Und iss es auf. Moment mal. Nicht so schnell. Schmeckt das etwa bitter? Es schmeckt köstlich. Aber man sollte es wirklich nur nehmen, wenn man sehr krank ist. Es hat nämlich Nebenwirkungen. Was denn für Nebenwirkungen? Man bekommt eine ganz hohe Fistelstimme davon. Kommen Sie mir mit diesem Blatt bloß nicht zu nahe. Mimimimi. La 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 la. Ja 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 ja. Puh, geht noch. Ich will aber keine hohe Quäkstimme haben. Dieses Blatt esse ich nicht. Aber du musst, Schorsch. Mund auf. Ich denk ja nicht dran. Aber ich hab dich doch auch mit Piepsstimme liebt. Du brauchst die Medizin. Brauch ich gar nicht. Ach, und warum nicht? Weil ich gar nicht krank bin. Aber Schorsch. Na, dann kann ich das Medizinblatt ja wohl haben. Oh. Herr Günter, Sie haben das Medizinblatt gegessen. Gleich kriegt er eine Quäkstimme. Versuchen Sie das mal nachzusingen. Sohne. Ach, Unsinn. Meiner Stimme geht es gut. Das ist ganz gewöhnlicher Süßklee. Ich wollte nur beweisen, dass Schorsch gar nicht krank ist. Also Schorsch, das war aber nicht nett. Was ist, wenn du mal wirklich krank bist? Dann glaubt dir keiner. Tut mir leid. Ich wollte ja eigentlich bloß, dass ihr mich alle lieb habt. Aber wir haben dich doch immer lieb. Egal, ob du krank oder gesund bist. Und ich wollte, dass er mich von der Distel runter holt. Meine Güte, wenn dir das so wichtig ist, dann trage ich dich einfach runter ins Gras. Komm her. Und hinab. Herrlich, danke. Ich wusste gar nicht, dass unsere Wiese so weich ist. Ich muss mich mal kurz drauf rumwälzen. Oh, herrlich, herrlich ist das ja. Ach, ich bin so froh, dass du wieder hier unten bei uns bist, mein lieber Schorsch. Und ich bin froh, dass ich immer noch meine schöne, brummelige Schorschstimme habe. Wie kann man darüber froh sein? Sie haben nicht zufällig irgendwas Gutes für meine Stimme, Herr Günther? Aber natürlich. Es gibt zahlreiche Heilkräuter, die wohltuend für den Hals sind. Salbei und Kamille zum Beispiel. Das ist ein guter Tipp. Salbei habe ich auch im Garten. Davon pflücke ich gleich etwas. Ich werde die Salbei-Blätter zusammen mit den Kamillenblüten aufbrühen und damit gurgeln. Dann bleibt meine Stimme geschmeidig. Ja, ich muss sagen, das Salbei-Blatt hilft. Meiner Stimme geht es schon bedeutend besser. Wirklich? Gib mal her. Das muss ich auch mal ausprobieren. Wie macht man das denn? Ich lege mir ein Salbei-Blatt in den Mund. Sammle ein bisschen Spucke. Und dann... Ach, ich pflücke mir ebenfalls ein wenig Kamille ab. Das kann nicht schaden. Ohohohoho, töstlich. Also wenn ihr das alle macht, möchte ich auch Kamille kosten. Die schmeckt nach Kamille. Ja, ich glaube, das hilft. Also wenn ihr alle wieder bei Stimme seid, dann können wir nun endlich euren Gesangswettbewerb durchführen. Genau. Ich bin der Erste. Fosch, fosch, fosch. Fosch, so singt der Schosch. Das genügt. Jetzt bin ich dran. Nag, nag, nag. Ich sing den ganzen Tag. Und jetzt du, Monika. Oh. Aber ich trau mich nicht, vor einem so großen Dirigenten zu singen. Nur Mut, Monika. Komm schon, schaffst du. Jetzt hab ich meinen Text vergessen. Macht nichts. Und, was sagst du, Gitter? Wer hat nun am schönsten von uns gesungen? Wenn du sagst, dass ich gewonnen hab, dann bekommst du von mir einen 1A-Qualitäts-Erdhaufen gebuddelt. Das habe ich gehört, Schorsch. Das ist Bestechung. Na, kein Wunder. Ich hab ja auch den ganzen Tag auf einer Diesel gesessen. Ich habe leider nicht besonders schön gesungen. Ich gewinne bestimmt nicht. Schade. Also, wer bekommt denn nun den Salatkopf? Wer von uns hat am schönsten gesungen? War ich es, der kluge Herr Günther? Oder ich, der lustige Schorsch? Ich war es sowieso nicht. Hm. Naja, also, das ist schwer. Ich weiß. Ich war großartig. Du musst dich schon entscheiden. Für mich. Also, wenn ich ehrlich sein soll, klang keiner so richtig schön. Was? Das ist ungerecht. Ja, aber wer gewinnt denn dann den Salatkopf? Das müssen wir doch wissen. Den kriegt dann der zweite. Und das bin ich. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Oh nein, jetzt gibt's schon wieder Streit. Aber das ist völlig unnötig. Ihr müsst euch nicht streiten, wer am schönsten singt. Macht es doch wie ich. Aber wie machst du es denn? Ich wette einfach nicht mit meinen Verwandten und Freunden, wer schöner singen kann. Wir singen lieber gemeinsam. Der Distelfink ist tatsächlich ein sehr geselliger Vogel. Er fliegt mit seinen Freunden meistens im Schwarm aus. Dann singst du also in einem Vogelchor. Ja, das klingt wundervoll. Und viel kräftiger, als wenn nur einer allein singt. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei uns im Chor mitmachen. In eurem Chor? Oh. Aber wir können doch gar nicht so schön singen wie du. Ach, dann singt ihr eben ein bisschen leiser. Das wird nicht auffallen. Hauptsache, ihr habt Freude an der Musik. Ah, noch ein guter Tipp. Wenn ich nicht so laut singe, fällt es sicher nicht auf, dass ich nicht die allerschönste Stimme habe. Auf der Einladung zum Chor stand ja auch, das Wichtigste ist die Freude an der Musik. Und die habe ich auf jeden Fall. Ich würde wirklich gern in einem Chor singen. Ihr auch, Jungs? Ja, für mich auch. Ja, aber zuerst will ich doch wissen, wer nun gewonnen hat. Ist doch klar, keiner. Doch, Schorsch. Wir haben alle drei gewonnen. Heißt das etwa, ich muss den Salatkopf mit euch teilen? Jawohl, das heißt es. Und ist das nicht viel besser, als wenn ein anderer gewonnen hätte und sie gar nichts bekommen würden? Ja, stimmt allerdings. Da ist etwas dran. Also los, teilen wir den Salatkopf. Endlich. Wir machen ein Salatblatt-Picknick. Ihr solltet lieber ein bisschen üben. Schließlich haben wir morgen unser erstes gemeinsames Konzert. Was? Wir haben ein Konzert? Aber, aber, aber ich kann doch gar keine Vogellieder. Ich bin doch nicht bereit für die große Bühne. Dann musst du dich eben bereit machen. Du musst deine ganze Seele in deinen Gesang hineinlegen. Meine ganze Seele? Wie romantisch! Das kann ich nicht. Natürlich kannst du das. Und ich bitte um pünktliches Erscheinen. Konzertbeginn ist kurz vor Sonnenaufgang. Was? Bevor die Sonne aufgeht? Bist du sicher? Natürlich. Das ist die beste Zeit für ein Konzert. Dann ist die Welt noch still und alles lauscht meinem, äh, unserem Gesang. Also wenn ich in ein Konzert gehe, dann ist das meistens am Abend. Und ein Distelfink gibt ganz früh am Morgen sein Konzert? Vielleicht ist er es, der mich immer in der Dämmerung weckt. Ich mag das. Dann kann ich mich noch einmal auf die andere Seite drehen und weiter schlummern. Bei Musik träumt es sich so schön. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Distelfinken beginnen tatsächlich bereits vor Sonnenaufgang mit ihrem Gesang. Also dann mache ich nicht mit im Distelfinkenrohr. Ich schlafe gerne ein bisschen länger. Und Sie, Herr Günther? Das geht nicht. Das ist ausgerechnet meine Frühstückszeit. Och, aber ohne euch traue ich mich nicht. Kunstbanausen. Dann fliege ich eben allein zur Probe. Aber ich bin kein Kunstbanause. Ich werde eurem Chorkonzert morgen früh angächtig lauschen. Ich nicht. Um diese Zeit lege ich mich lieber noch mal aufs Ohr. Ein Regenwurm hat kein Ohr. Dann werde ich morgen früh nur für dich singen, Monika. Und jetzt muss ich noch etwas üben. Ich will mein Publikum doch nicht enttäuschen. Mach's gut. Großer Enrico Dieter Rosu. Mach's gut, kleine Monika. Das ist er. Ach, ich finde es schade, dass wir nun nicht im Distelfinkenchor singen können. Sei nicht traurig, Monika. Ich glaube, unsere Stimmen hätten ohnehin nicht zu den zarten Vogelstimmen gepasst. Ich habe eine Idee. Wir gründen einen eigenen Chor. Was denn für einen Chor? Na, den Salatbeetchor. Salat. Mir läuft das Wasser im Schnabel zusammen. Oh ja. Wir singen zusammen schöne Lieder. Und zwar erst nach dem Ausschlag. Und nach dem Frühstück. Also dann, auf zur ersten Chorprobe. Drei, vier. Grün, grün, grün sind alle meine Blätter. Grün, grün, grün ist alles, was ich mag. Darum esse ich alles, was so grün ist. Grün ist gut. Dann drehe ich den ganzen Tag. Oh nein. Oh, das klang aber gerade sehr hübsch. Das haben wir so schön gemacht. Ja, ich fand unseren Chor auch prima. Das hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Und jetzt essen wir den Salatkopf. Mh, den haben wir uns verdient. Schön mach ich. Oh, das mag ich. Lasst mir auch noch was übrig. So ein Chor ist wirklich etwas Wunderbares. Ich werde meinen ganzen Mut zusammennehmen und morgen Abend zur Chorprobe gehen. Dort lerne ich bestimmt nette Leute kennen. Meine Großmutter pflegte immer zu sagen, Musik vertreibt die trüben Gedanken. Nun kuschle ich mich in eine Decke und gurgle mit der Salbei-Kamellenmischung. Ah, ich glaube, es wirkt schon. La, 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 la. Ja, ich denke, morgen kann ich singen. Tschüss. 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 Unser Gemüsebeet-Chor macht mir sehr viel Spaß. Wollen wir noch ein Lied hier zusammentrennen? Sehr gern. Und welches? Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Nicht lustig. ATTENTIONEN ENFLUINE Tril пром Ambiente Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020